Willkommen zurück zu einem weiteren Shiny Pokémon Video von mir. Dieses Mal habe ich einen Shiny Weltall nach 682 Softresets. Hat aber jetzt aber auch ein bisschen gedauert gefühlt. Aber mal schauen. So, der erste Ball, den ich werfe. Das Pokémon hat nicht wirklich einen Ball, den es reinpasst. Deswegen, na komm, versuchen wir es. LOL, Königel Capture, Ding. Lel. Lel. Hallo, ihr Weltall. Hallo, Scheid, ihr Weltall. Der Tod höchstpersönlich. Boah, Bruder, muss los. Jetzt geht die Level-up-Scheiße wieder los. Äh, ja. Muss man halt durch, ne? Das kann jetzt bis Level, äh, 20 gehen oder so. Unglücklicherweise. Luckychant, hallo. Bruder, muss los. Muss los, Level. Erreicht wieder mal. Bei mir ist nämlich endlich die Shiny Unlicht-Pokémon-Woche. Deswegen kommen eine Menge Unlicht-Pokémon jetzt. In der Woche, wo ich nur Unlicht-Pokémon hante. Ja. Und die Weltall ist eins dieser Unlicht-Pokémon. Wenn es dann mal kommt. Denn wenn es denn mal jetzt zeigbar wäre. Bruder, muss los. Jetzt, es reicht. Junge, bist du jetzt mal fertig? Ist ja übel. Bruder, ist ja übel. Junge, Imprison leck mich. Ja, ist klar. Der Typ geht eiskalt auf Level 20. Ja, eiskalt, ne? Der Typ geht nix. Dieses Somnium kennt nichts. Ja. Boah, Bruder. Hast du es jetzt langsam mal? Nein, du sollst nichts lernen. Am besten hälst du jetzt das Mull. Ja, natürlich. Die Weltall, du hast zu viele Päcke gegeben, Bruder. Ich muss gleich los, Alter. Ich muss gleich los. Ja, natürlich. Nein. Level 20. Hast du es jetzt? Oh my goodness. Level 21, Endsaft. Hast du es jetzt? 22. Ich höre gar nicht mehr auf. 23. Das war ein Fehler, ein Level 1 mitzunehmen. Jetzt mal Real Talk. Ich hätte mein Abra mitnehmen sollen. Das Ding ist eiskalt auf Level 25 jetzt. Und es scheint so schnell nicht aufzuhören. nie wieder, Alter. Wow. Level 27. Wie lange geht das noch? Hallo, Evelta. Du kriegst natürlich keinen Namen. Was aber wichtig ist, ist, ich realisiere gerade, ich habe es nicht mal mit dabei. Lel. Welp. auf, auf, auf und davon zum Poké Center. Oh, das ist so nervig. Aber okay. Äh. Da ich eh hierbleiben werde, auf der Insel. Äh. Vorher, zumindest, kann ich auch hier holen. Und dann auch zeigen. Ich hoffe, das Wesen passt wenigstens. Ne? Das wäre wenigstens optimal. Dann wäre das X- und Y-Trio nämlich endgültig vollständig, soweit. Es sei denn, es gibt irgendwann mal eine Möglichkeit, Zygarde zu haben, ohne Event. So, wobei, die Welt halt da ist. Ruhig. Impisch. What the fuck? Das war nicht das Wesen für ich. Ich gebe es auf. Okay. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Das ist richtig kacke. Aber in Ordnung. Leck. Das ist richtig kacke. Wow. Bruder, du bist richtig scheiße. Leck. Richtig scheiße. Du bist richtig räudig. Aber in Ordnung. Da muss ich durch. Immerhin. Es ist ein Shiny. Ich sollte mal abspeichern, eventuell. Damit nichts Dummes passiert. Und damit wären Xenias, Ivelthal und Zygarde endgültig komplett. Ein reguläres Okay. Ein Shiny Ivelthal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.